Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, euer Uli. Und in diesem Video möchte ich gerne über das Thema Kraftausdauertraining sprechen. Was ist der Unterschied zwischen unspezifischem und spezifischem Training? Gerade wenn es darum geht, an der Kraftausdauer zu arbeiten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Abonnieren nicht vergessen, Blogger aktivieren. Und wenn ihr Fragen habt, gerne jetzt schon in die Kommentare. Wir sehen uns gleich nach einem kleinen Intro wieder. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Und damit das Thema besser eingeordnet werden kann, spreche ich jetzt einmal die drei Säulen an beim Ultramarathon-Training. Das ist zum einen die physische Fitness oder das Fitnesstraining, was sehr wichtig ist. Das mentale Training ist sehr wichtig. Und die dritte Säule wäre die Ernährung. Alles, was ich heute besprechen werde, ist folgendes. Das spielt alles in die physische Fitness rein. Das heißt zum einen das unspezifische Kraftausdauertraining und das spezifische Kraftausdauertraining. Was ist jetzt damit gemeint? Auf der einen Seite steht das unspezifische Kraftausdauertraining. Das sind alle Übungen, die zur Förderung der Kondition dienen, aber nicht Teil der Laufbewegung sind. Sie sind nicht Teil der Laufbewegung. Das heißt, das sind beispielsweise Übungen. Hier mal ein sehr gutes Beispiel. Die Ausfallschritte. Das ist keine übliche Bewegung, die du tust. Aber sie dient halt dazu, die Kondition zu fördern. Der Ausfallschritt ist aber nicht spezifisch genug, um die laufrelevante Muskulatur zu schulen und zu fördern. Bei spezifischen Kraftausdauerübungen oder Kraftausdauertraining sieht es ganz anders aus. Weil hier geht es im Kern darum, die Förderung und die Stärkung der laufrelevanten Muskulatur zu unterstützen. Das ist zum einen die Kräftigung der Vortriebsmuskulatur und was man ja kennt, die Rumpfstabilität, Beinachsen- und Beckenstabilität. Das sind Übungen, die man beispielsweise sehr, sehr gut am Kabelzug machen kann. Zum einen, wenn man das mit Geräten machen möchte. Aber man kann hier auch auf dem Boden was machen und gute Übungen umsetzen für die Rumpfstabilität. Das sind Planks zum Beispiel. Sehr gute Übungen, um im Prinzip da eine Rumpfstabilität reinzubekommen. Und zum anderen sollte man die Beinachsen-Thematik auch beachten. Das heißt, da alles schön mit dem Kabelzug abarbeiten, da hat man wirklich sehr gute Möglichkeiten. Aber was ist jetzt genau das Ziel? Grundsätzlich gibt es ja drei Ziele, die man verfolgen kann. Das ist zum einen erstmal die Maximalkraft. Das heißt, wir wollen so viel oder so schweres Gewicht wie möglich bewegen. Das hat jetzt mit dem Kraftausdauertraining weniger zu tun. Das machen ja Bodybuilder, um eben halt Muskelmasse aufzubauen. Das ist das erste Ziel, die Maximalkraft zu steigern, damit man eben halt Muskelmasse aufbaut. Wenn das ein Ziel sein soll, okay. Das ist aber jetzt ein Thema, was wir nicht ansprechen, weil es geht ja um die laufrelevante Muskulatur. Sieht man ja auch, Marathonläufer, die sind alle immer sehr schlank, wenn sie halt über langen Zeitraum auch trainiert haben. Und sie bewegen sich natürlich nicht in der Muskelaufbaufase, sondern gehen ja dahin, Kraftausdauertraining zu machen. Das ist der zweite Punkt, nämlich es geht um schneller werden, Geschwindigkeit aufbauen. Das tust du alles mit spezifischen, aber auch unspezifischen Kraftausdauertrainingsübungen. Aber insbesondere die spezifischen Übungen, wie ich es gerade eben angesprochen habe, die sorgen halt dafür, dass du schneller wärst und dass du auch resistenter wärst gegen Verletzungen. Also dich nicht so häufig verletzt. Und der dritte Punkt, der immer ein wichtiges Thema ist, das spielt so ein bisschen da rein. Das ist halt das Abnehmen. Das wollen wir ja alle irgendwo, aber das reichst du eigentlich auch mit beiden Punkten in Kombination. Was ich damit jetzt aber genau sagen möchte, ist, du solltest dir klar werden, welches Ziel hast du denn jetzt eigentlich? Möchtest du jetzt nur ein bisschen laufen, ein bisschen Kardio machen und bist eher Kraftsportler und willst Muskelmasse aufbauen? Oder bist du eher der Läufertyp und sagst, ey, ich möchte jetzt schneller werden für meinen Halbmarathon? Dann solltest du auf spezifisches Kraftausdauertraining auf jeden Fall setzen. Beim Maximalkrafttraining bewegen wir ja möglichst viel Gewicht mit wenig Wiederholung. Beim Kraftausdauertraining ist es jetzt komplett anders, was wir jetzt hier besprechen. Da machst du sehr viele Wiederholungen, 15 bis 30 Stück pro Satz. Du hast natürlich eine ganz andere Belastung. Arbeitest natürlich auch mit niedrigerem Gewicht und dementsprechend geht es nicht darum, Muskelmasse aufzubauen, sondern eben halt die Kondition, aber auch die Stärken der spezifischen Muskulatur zu erreichen. Was kann ich dir jetzt empfehlen? Du solltest folgendermaßen vorgehen. Du solltest mal mindestens, wenn du jetzt ein Ziel hast, Halbmarathon, Marathon oder Ultramarathon, mindestens mal einmal, wenn nicht sogar zweimal in der Woche, ca. 15, aber besser ungefähr 30 Minuten pro Einheit an deiner Kraftausdauer arbeiten, an den spezifischen Muskelgruppen für das Lauftraining. Das solltest du auf jeden Fall tun. Was sich da anbietet, ist ein Geheimtipp, absoluter Geheimtipp von mir. Bauchbeine-Po-Programme, die man ja aus dem Fitnessstudio kennt. Wir haben das aber auch hier bei uns in der Fitnessfeed, in der Trainings-App drin, mit dem wir ja Gruppencoaching machen und so weiter. Und da kannst du halt mit Arbeiten und entsprechend an den relevanten Muskelgruppen fürs Laufen arbeiten. Bauch, Beine, Po. Das sind grundsätzlich erstmal sehr relevante Muskelgruppen, die du, oder Muskelbereiche in deinem Körper, die du auf jeden Fall für das Laufen trainieren solltest. Und diese Programme sind, ich sag mal so zu 18 Prozent, prädestiniert dafür, dass du dich verbesserst. Grundsätzlich bleibt aber zu sagen, dass jedes Training ja letztendlich dein Training ist. Das heißt, es ist komplett individuell. Es muss auf dich zugestimmt sein. Welche Schwachstellen hast du? Welche Schwierigkeiten hast du denn? Wo liegen die Defizite? Das muss man alles wissen, damit man entsprechend auch weiß, okay, welche Übungen muss ich jetzt machen und welche muss ich eher nicht machen. Und daraus setzt sich dann auch dein Trainingsplan oder deine Trainingseinheiten zusammen, die du wöchentlich dann auch umsetzen musst, um dich dann entsprechend auch zu verbessern. Deswegen ist dein Training dein Training, mein Training ist mein Training. Und das Training eines anderen oder eines Freundes ist dann eben halt sein Training. Was auf ihn zugeschnitten ist, hoffe ich jedenfalls mal zumindest. Ich spreche jetzt mal aus der Perspektive eines Trainers. Und dementsprechend kann man nicht pauschal sagen, ey, du musst jetzt immer Planks machen, du musst jetzt immer dies oder das machen. Grundsätzlich passt das erstmal soweit. Aber wenn man sich wirklich verbessern möchte und nicht irgendwie einbrechen möchte beim Ultramarathon oder was auch immer, sollte man sich auf jeden Fall mit diesem Thema befassen und sich das genau anschauen, wo liegen die Schwierigkeiten und die Defizite, um eben halt daran zu arbeiten. Das ist meine Empfehlung jetzt abschließend dazu. Und in den nächsten Wochen kommen Videos heraus, wo ich dann eben entsprechend auch mal auf einige Übungen eingehen werde zu diesem Thema und auch nochmal zu anderen Themen im Kraftausdauertrainingsbereich. Aber jetzt weißt du, glaube ich, was der Unterschied zwischen unspezifisch und spezifischem Kraftausdauertraining ist, wie man das einordnen kann zu den drei Themengebieten im Ultramarathontraining und was du jetzt daraus ziehen kannst und wie du das am einfachsten für dich umsetzen kannst. In diesem Sinne, wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib mir gerne in die Kommentare. Dann beantworte ich gerne deine Fragen, deine Erfahrungen. Auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du mit dem Thema umgehst, was du genau machst und wie dir das vielleicht auch geholfen hat, besser zu werden beim Laufen. Würde mich mal gerne interessieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt was. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Unni. Ciao.